Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Jemand will dich fertig machen. Fertig machen? Womit denn? Mit Mord. Einfach mit Mord. Er ist in der Rauschgift her. Er schnüffelt. Nimm dich in Acht vor ihm. Der Kerl ist gefährlich. Ich wollte sehen, wie du in deiner eigenen Scheiße verreckst und wahnsinnig wirst. Du denkst, das wäre so einfach? Hier, wenn du Mut hast, drück doch ab. Beide Seiten meiner Natur sind verpflichtet, sich zu offenbaren. Der Hüter des Gesetzes und der Wahnsinn.